Guten Tag, mein Name ist Markus Binder, ich arbeite am Forstamt Sohnwald, Walderlebniszentrum und betreue den Waldladen. Wir kommen hier zu unseren Wildprodukten. Hier bekommen Sie Rehfleisch, Rotwildfleisch und Schwarzwildfleisch, landläufig das Wildschwein. Ich darf Ihnen hier zeigen, einen ausgelösten Rehrücken. Der ist sehr gut geeignet zum Kurzbraten, selbstverständlich auch zum Grillen im Sommer oder auch im Winter. Und auch kleinere Schmorgerichte kann man davon machen. Des Weiteren haben wir hier einen Wildburger. Das Patty ist vorgegart, ist super geeignet zum Grillen, schnell erledigt und es gibt einen ganz leckeren Burger. Weiter haben wir selbstverständlich auch verschiedene Räucherprodukte. Hier zum Beispiel einen Rehknacker, den gibt es mit Fenchel zusätzlich oder auch mit Pfeffer. Und weiter gibt es noch Schinken vom Reh, vom Rotwild oder vom Schwarzwild. Neues Fröérien Die Schmusik Untertitelung des ZDF, 2020